malzeit freunde willkommen zurück zur nächsten folge fifa 19 wir spielen wieder dort weiter was jetzt mal aufgehört haben und zwar mit danny williams wir sind bereits über das erste training hinaus wir wurden interviewt in der letzten folge zu sehen in der playlist eine folge vorher und dort wurden wir ziemlich heftig angegangen von einem reporter also der hat uns ein bisschen aus der reserve geholt dieses mal wollen wir es allen zeigen und den champions lieb pokal in den händen halten ist natürlich ein weiter weg wir gucken erst mal dass wir mit danny williams ein bisschen besser dastehen hier bei manchester und ja wie wir sehen können ist ein anderer danny williams als wien aus 2018 kennen ich habe ihn ein bisschen verändern ich werde auch wie gesagt versuchen ein bisschen was zu reißen mit ihm ein bisschen von dieser extra war ganz wegzukommen ein bisschen mehr cooles reinzubringen so wir müssen das spiel gewinnen müssen das führungstor schießen und somit auch einen gewissen bonus gegenüber dem trainer sind hier noch 30 minuten zu erhalten über 7,0 das war richtig geil guter pass da schickt er den mitspieler abseits ha glück gehabt man richtig glück gehabt okay ich bin immer noch verletzt ich kann immer noch nicht wie wild hier auf den tasten rum drücken so wir wollen mal gucken dass wir hier ein bisschen luft rein kriegen sie sind geduldig und warten auf die lücke bei der abwehr wird das nicht leicht oh da war aber gerade eine lücke im bruder da können sie erstmal klären das war nichts wir haben es gerade mit einer flanke versucht da bin ich sowieso nie so richtig gut drin ich sehe bewegung auf der bank es gibt gleich den wechsel klasse technik serie nee nicht so so wir werfen ein und verlieren direkt wieder den ball perfekt aha jetzt williams und nun alexis sanchez und an der herrera williams muss ich machen muss ich machen scheiß auf das führungstor ist egal wir müssen definitiv gewinnen wir müssen die bewertung kriegen und das ist ein bisschen besser als hier allein den fokus auf das führungstor zu legen tplay nennt sich das ganze der abschluss dann nur noch vormsache führung jetzt für manchester united zwar nicht mit noch sind hier äh williams aber wie gesagt egal serie ich denke mal dadurch dass wir die vorlage hier gebracht haben fast schon haben wir den trainer auch sehr gut beeindruckt wenn ich jetzt hier ein tor schießen könnte mit williams wäre das allerdings trotzdem toll so nicht so auch nicht oh das war knapp bleib nicht viel übrig sie finden kein mittel gegen diesen druck alexis sanchez jetzt ah der wird aber gut gedeckt hier tja was gibt es zu alexis sanchez zu sagen der chilene schnell er ist antritt stark er ist komm 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 oh ah jetzt 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 ja jawoll eh das war aber mehr Glück als verstand alter das war mehr Glück als verstand korrekt sehr guter abschluss hier dangerous bringt das alles mit um ein richtig guter spiele vor Klasse Klack езде zurück ously Ja, da grinst er aber. Ja, der freut sich. Okay. In dem Katzenheim. So, dann gucken wir mal. Gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Und wir sind wieder auf Williams. Ah. Problemlos. Die Idee alleine war geil. Komm, 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 komm. Schöne Planke. Sie sind dran. Sie können ihre Führung weiter ausbauen. Könnte... Fiegt der Ball über den Boden quasi einfach nur Cola, ey. Wenn der reingegangen wäre, das hätte mich doch schwer gewundert. Sehr schwer. Naja, komm. Komm, versuchen, ob wir noch ein Tor reinkriegen. Das letzte Jahr ist für Danny Williams und seine Kollegen ja wirklich gut gelaufen. Am Ende hatte man sich überraschend für die UEFA Champions League Qualifizierung. Oh, hier, 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 hast du den gesehen, also. Kann man in dieser Saison ja sogar noch eintrauchen. Oh. Man hat auf jeden Fall hohe Ziele. Das ist wieder ein klasse Kader, exzellent zusammengestellt, wie ich finde. Und wenn du so ein Riesentalent wie Danny Williams hast... Ach, ein Riesentalent wie Danny Williams. Ich höre hier gerade mal ein bisschen zu. Aber es ist eng an der Spitze des englischen Fußballs. Die Gäste werden wechseln. Oh, shit. Das wollte ich nicht. Ja, natürlich wieder gelb. Valencia. War das wieder das Knie? Natürlich war es wieder das Knie. Ich nehme mir mal hier einen aus der Mitte. Und genau auf den geht der Ball. Ach, scheiße, da steht keiner mehr. Scheiße. Oh, da kommt wieder der mit Gelb Belastete. Und dann ist es vorbei. Cool wäre noch, wenn man sehen könnte, wie die Zuschauer den Ball fangen. 88. Minute. Ah, schade. Da wollte ich gerade noch ein paar Pässe spielen mit Williams. Oh, da habe ich gewusst, wo er hingeht. Aber war zu lange. Jetzt wird es gefährlich werden. Oh, shit. Jetzt. Kommt er nach vorne. Ja, ich sehe dich, Bruder. Jetzt. Nein. Abspielen, Mann. Scheiße. Das war's. Schade. Hätte ich gerne noch gemacht. Okay. Mal gucken, ob wir noch ein Spiel reinkriegen. Wir haben ja erst 7, 8 Minuten hier. Oh, oh, okay. So, weiter geht's. Wir haben das Führungstor. Haben wir nicht gemacht. Nee, nee. Aber egal. 7 war gefordert. 8,7 bricht den Bann. Gewinn das Spiel. Auch gut. Wenigstens haben wir 2 von 3 Sachen erfolgreich erfüllt. Hier noch mal der Pass. So, die Führung. Ja, Mann. Okay, gut so, Jungs. Aber nicht übertreiben. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Im Sommer hast du vor allem am Buffet und am Strand gelegen, weißt du? Lustig, Boss. Aber keine Sorge, gnadenlose Extrarunden biegen das wieder gerade. Nachschlag ist anscheinend deine Stärke. Echt witzig. Solltest Komiker werden, Boss. Du musst dich anstrengen, wenn du deine neue Rolle ausfüllen willst. Der Trainer will das System für die Champions League überarbeiten. Zwei Mann auf dem Flügel und eine falsche 9. Wir müssen eine Kopfballgefahr sein, und zwar immer. Wir versuchen was Neues in der Champions League. Ein neues System, um die Konkurrenz zu überraschen. Alles klar. Oh, das ist aber... Das ist nicht wirklich mein Spiel. Dann mach es zu deinem Spiel, Mann. Sonst verbringst du die Europacup-Abende vom Fernseher, Danny. Das musst du entscheiden. Meine Lässigkeit habe ich da jetzt echt schon sehr viel gewonnen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Dieses Team spielt als Einheit. Und das Kernelement von Top Teamwork sind tolle Pässe. Lasst uns die Ballverteilung trainieren, okay? Okay. Ich bin auf jeden Fall in der Startelf. Okay. An der Stamford Bridge begrüßen wir Sie heute. Herzlich willkommen. Manchester 19. Mahlzeit. Edna Sarr gehört zu den absoluten Leistungsträgern, egal ob im Klub oder in der belgischen Nationalmannschaft. Ein schneller, wendiger Spieler mit einer hervorragenden Technik. Was sind denn das denn für lachsfabene Trikots? So, ich höre wieder ein bisschen zu, was die Kommentatoren hier sagen. Ja, glaube ich schon. Sie wollen natürlich seine Schnelligkeit ausspielen. Da ist er nur ganz schwer zu halten, wenn er einmal antritt. Oh. Hier also die Aufstellung des FC Chelsea. Das nenne ich mal einen Block, Alter. Nee, 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 nee. Oh. Okay. Da wollte ich ein bisschen länger spielen. Den Ball. Ich sollte mich mal ein bisschen konzentrieren. Alter Spalter. Wenn er kommt, dann knallt er, wollte ich sagen. So, dann lauf mal. Lauf, 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 lauf. Nach unten. Nach vorne mit Williams. Und schießt. Zehnte Minute. Wie kann man den so versimmeln? Ich muss ein bisschen leiser machen, ja? Ich glaube, ich übersteuere direkt. Ja, wie geht das denn nochmal mit diesen angeschnibbelten Schirzen? Das muss ich mir mal ausfüllen. Hätte ich vielleicht mal machen sollen, irgendwann. Zwischen dem Spiel. Oh, er ist so schnell. Hazard. Immer nach unten. So, wir lassen den Ball locker flockig laufen. Nur Martin Jambal. Jan. Von der Papierform her würde ich sagen, eine enge Angelegenheit. Oder hast du einen Favoriten? Nee, nicht wirklich, Wolf. Für Men United wird es drum gehen. Wir gehen mal über die Flanke. Und konzentriert aufzutreten. Das ist keine einfache Aufgabe. Ach ja, die falsche 9. Die falsche 9 spielt ja... Morata hat Platz. Willian. Kopfbälle. Hereingabe. Oh, nicht schlecht. So wie er zum Beispiel gerade. Scheiße. Ich habe gar nicht gesehen, dass... Oh, noch einer stand. Alter. Nochmal unten. Jawohl. Ja. Riesenjubel. Jawohl, Mann. Ein wichtiges Tor. Die Fahne an meinem Pimmel, ey. Auf jeden. Ey, sieht echt jünger aus mit der Frisur. Nice. Wir haben das erste Tor mit Danny Williams geschossen. Das heißt, der Trainer hat nachher definitiv unseren Teebeutel im Gesicht. Geil. Oh, oh. Pogba. Und das nächste Teil. Okay. Jetzt habe ich mal auf den rechten hinteren Button gedrückt. Und irgendwie wie ein angeschnibbelter Ball kam mir das jetzt nicht vor. Nee. Aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Verstehe. Kopfball. Ja, ich bin ja 1,93 groß mit dem Burschen. Da bin ich ja, was Kopfbälle angeht, wahrscheinlich... Nicht nur The Man, sondern auch der Mensch. Stehst du? Chelsea kommt auf den Flügel. Aha. Oh. Drinkwater. Drinkwater. Jetzt liegt vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Komm, komm, komm. Ah, scheiße. Da. Muss ich so machen. Muss ich so machen. Da sehen wir das Tor vor Danny Williams noch einmal. Er spielt wieder kurz. Die wollen den Ausgleich. Flanke jetzt. Aha. Lasse vom Deuter. War gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Komm, lauf, 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 lauf. Konter, konter, konter. Platz für Alexis. Warum läuft der denn nicht weg? Alexis Sanchez. Ja, das sieht gut aus. Ach. Da wollte ich ihn zu lange alleine behalten, den Ball. Tolles Zähne hier, der Watt. Und jetzt die Schuss. Super gemacht vom Torwart. Egal, wir haben wieder ein bisschen was gegathert. An der Bewertung. Ecke, Marta. Und? Der Torwart spitzen den Ball über die Querlatte. Wie er diesen Hookshot immer macht. Die Ecke kommt. Ah. Ah ja, gut, geil. Ich muss ein bisschen drauf achten, dass ich den Knopf länger gedrückt halte beim Kopfball machen. Ich spiele auf Danny und zwar hier so hin. Jetzt die Ecke. Da können sie erst mal klären. Williams. Jetzt vielleicht. Ah. Ball geklärt. Nee, der geht jetzt aus. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Was? Kovacic. Habe ich doch gar nicht aufgepasst oder warum erstaunt mich das so ist? Willian jetzt am Ball. Und Fabricas. Und jetzt Matic. Drei Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Jetzt vielleicht Danny Williams. Okay, wir versuchen wieder hier den Ball zu gewinnen. Ich habe jetzt immer versucht, ein bisschen zu verteilen mit Williams. Aber ich fiege jetzt einfach so. Der geht daneben. Zur Pause steht es einst. Nein, er bleibt liegen. Das war ein schlechter Schuss. Aber egal. Wir haben einen Ton. Nicht zu unterschätzen. Sogar das erste Tor. Oh. Hör mal. Ein bisschen Musik hier am Start. Ich wollte das eigentlich so einstellen, dass die GEMA Musik ausgestellt ist. Es geht in den zweiten Rückgang mit der Führung hier vor Manchester United. Hat irgendwie nicht funktioniert. Komm, versuchen wir mal. Ich finde es so krass, dass der so löser ist jetzt mit dieser Führung. Was zur Hölle war das? Heftigster Kopfball. Klar, gibt Einwurf. Was für ein Gebolze. Amazon. Amazon. Kovacic. Conte. Wir kriegen den Ball eher schlecht unter Kontrolle gerade. Die spielen einen weitläufigen Ball. Finden wir auch mal. Ah. Scheiße. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ja, finde ich auch so. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Führungstreffer. Sind wir denn schon in der zweiten Halbzeit? Ja, ne? Jetzt kann er den Ball reinbringen. Ja. Die Defensive steht. Oh. Den habe ich so nicht kommen sehen. Matteo Kovacic. Azar. Flanke von Azar. Ja, das ist vielleicht die Schuze. Kante. Das hat eine verteidige Klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Okay, wir haben die Ruhe gewahrt. Ey, was ist denn? Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Sehr gut aufgepasst. Oh, shit. Könnte der Ausgleich werden? Die Chance zum Tor abgepiffen. Fahr nach oben. Was? Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Was war denn das jetzt gerade für eine Nummer? Ist ja auch egal. Wir haben den Ball. Wir versuchen wieder reinzukommen. Jetzt Williams. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Einmannschaft. Bock bei jetzt. So, wir kommen von... Warum? Warum spielen die denn jetzt so komisch ihre Pässe? Ausfallschritt. Willian jetzt. Morata. Ah. Und Alexis Sanchez. Mal mutig mit der Grätsche. Und nach unten. Jawohl. Halt. Oh, der wäre es so gewesen. Der hätte das letztendlich durchschossen, Alter. Hätte sonst gefährlich werden können. Die Chance jetzt vielleicht zum Konto. Wenn ich den noch gekriegt hätte. Und das ist der Ballverlust. Das ist der Ballverlust. Jetzt Williams. Ach, scheiß doch mal. Mann, was wird denn hier gespielt? Schon wieder der Fehlpass. Das reicht mir doch. Ach. Abseits. Nicht der Auswechslung. Und sie alle die Handgröße haben. Aber da müssen sie mehr ausmachen. Diese Chance haben sie fast verschenkt. Juni, 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 juni. Wenn sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Ah. Wir beruhigen uns ein bisschen. Wir spielen mal nach unten. Die nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Was für ein spannendes Spiel. Pogba mit dem super Zuspiel. Ah. Im eigenen Strafraum. Foul. Wir sind da recht rustikal zur Sache. Aber der Schiri deutet an, weiterspielen. Ja, der Schiri deutet an, weiterspielen. Chelsea-Fans glauben wir den Ausgleich. Wir müssen noch einen machen mit Williams. Wir müssen noch einen machen mit Williams. Matic, super gemacht. Ein und... Alter. Was war das für ein Teil? Heftig. Das will ich sehen. Guck dir das an. Zack. Umgedreht. Nicht lange gefackelt. Kurzes Eck. Guck dir das an. Er schießt wie so ein Halb-Affe-Alter. Und er geht rein. Nice. Ja, da kann man ruhig mal klatschen. Das Spiel war definitiv für den Reporter, ey. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Ah. Gleich war es jetzt auf jeden Fall nicht. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Tollabend. Rashford. Oh. Da wollte ich es. Ich sehe. Auch der Ball kommt. Oh. Schönen Head-Trick mit Williams, Alter. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Das wäre doch schön. Er nimmt ihm den Ball ab. Er nimmt ihm den Ball ab. Hat er gesagt. Oh. Oh. 9,1. 2 Tore. 1, 2. Also. Hier auch in meinem Finger schläft nur 2. Keine Ahnung. Wir haben gewonnen. Es ist jetzt viel eine Pfiffe. Lachsfarbenes Hemd hat auf jeden Fall gewonnen. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Ja natürlich, wir haben ja auch zwei Tore geschossen. Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt, also er kann rundum zufrieden sein. So, wir sind wieder in unserer Hauptübersicht und ich würde sagen, das war's dann jetzt erstmal hier von dieser Folge. Moment, ich muss mal gerade hier kurz gucken, warum wird mir das hier angezeigt? Empfohlen! Kim Hunter, das heißt, in der nächsten Runde werden wir mit Kim Hunter weiterspielen. Meine Damen und Herren, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen wieder!